Herzlich Willkommen, hier ist euer Sportprolet vom Sportprophet. In Zukunft werdet ihr nicht nur mit den besten und witzigsten Artikeln auf Facebook versorgt, sondern es wird auch Videos auf YouTube geben. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum? Naja, ich sag einmal so, der momentane Umsatz ist für den Sportpropheten einfach zu wenig. Und nachdem ich jetzt eine Wette verloren habe, bin ich der Glückliche, der vor der Kamera stehen darf und euch mit den besten Themen versorgen darf. Für euch gibt es nur eine Aufgabe, Bauchmuskeln entspannen, denn ihr werdet sie brauchen für die besten Videos in der Zukunft. Die werden wöchentlich am Wochenende herauskommen und ja, ich freue mich, bis dann. Ciao.